Du kannst niemanden beschützen, nicht mal dich selbst. Alles in Ordnung? Hey, alles in Ordnung? Ja. Hier, für dich. Eine Blume? Ja, als Dank dafür, dass du mich gerettet hast. Hab ich das etwa? Gut, dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Das hab ich jetzt aber gehört. Was macht das? Kommt auf den Kunden an. Der Preis variiert. Aber für dich ist sie umsonst. Hä? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Ich warne dich. Keine miesen Tricks. Äh, hab ich was verpasst? Ich lass mich nicht erpressen. Ah, du hast wohl Angst, dass ich Geldeintreiber auf dich ansetze? So ein Quatsch. Das würde ich nie tun. Keine Sorge, echt. Der Marko-Reaktor wurde angegriffen. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen und... Ah! 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 lasst sie schnell auf sich hin ... Was? Leg die Waffe hin! Sehe die die nicht? Weg hier! Jeder für sich! Hey! Viel Glück! Leg die Waffe hin! Langsam!